Ich habe hier als Technical Management Trainee begonnen. Dabei habe ich gemerkt, dass meine Stärken und Interessen in das Projektmanagement gehen, sodass ich schließlich in der Engineering-Abteilung gelandet bin und nun weiterhin an Projekten arbeite, um unseren Standort hier in Krefeld voranzubringen. Der Mais kommt hier als kleines Maiskorn an, wird in den Anlagen weiterverarbeitet zu Dextrose oder Sorbit, was man hinterher in der Zahnpasta, in Kaugummis wiederfindet. Man hat jeden Tag mit unseren Produkten zu tun, obwohl man meistens gar nicht weiß, dass sie drinstecken. Wir sind ein internationales Unternehmen, was mir die Möglichkeit gibt, mich mit meinen Kollegen aus den anderen Werken auszutauschen. Ich kann Kollegen aus Italien, Spanien, die ähnliche Werke haben wie wir, anrufen und fragen, wie deren Lösungsansätze aussahen, wie die Projekte umgesetzt haben und mir dadurch Inspirationen holen. Ich bin Imra Belusa Bunse, ich arbeite und lebe in Krefeld.